Mokka für Kinder und Jugendliche in Worms. Die mobile Kinderkunstakademie, kurz Mokka, bietet auch in diesem Jahr wieder künstlerisch inspirierte Mitmachaktionen an wechselnden Orten. Die Aktionen, wie hier auf dem Abenteuerspielplatz im Stadtteil Neuhausen, finden zumeist an öffentlich zugänglichen Orten auch in der Fußgängerzone statt. Professionelle Künstler stehen zur Seite und geben Anregungen. Nicht nur Malen, auch andere Kunstgattungen wie Foto, Film oder textiles Gestalten stehen im Mittelpunkt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bis 9. Juli gibt es fast täglich Kunstaktionen. Das komplette Programm bis Oktober kann auf der Homepage der Initiatoren unter dem Stichwort Mokka Worms abgerufen werden.